Jetzt greift er mich nur mit Stoßzahnbeben an, oder wie das heißt, weißt du? Zum Glück hat er noch nicht stampfen gemacht, oder wie die Attacke heißt, sie ist nämlich übelstark. So, dann... geht's jetzt ab. Bremser. Oh, okay, ich hab's gerade gesagt, ne? Ja. Ah, es geht nur auf zwei, okay. Ich bin ausgewichen, komischerweise, ich bin aber auch hingefallen. Oh, ich hab einen Gegeneingriff gemacht, wow. Wie geil. Oh, ja, ist immer praktisch gerade. Und Attacke kann Panzerbrechen machen. Ich versuch das mal. Ja. Aber es sieht doch gut aus, oder? Wir halten doch ganz gut aus. Ja! Besser, hab ich gelernt. Cool. Oh, kacke, schon wieder. Okay, alle immun. Wir machen alle Gegeneingriffe. Das war gut. Das war gut. Oh, ich auch. Das war auch nicht schlecht, aber du hast mal gezogen. Aber das war ein Critical. Ich glaub, mein Haus wird gleich eingesetzt. Aber du kannst dich, glaub ich, vorher noch heilen, oder? Ja, vielleicht. Jetzt kannst du wieder theoretisch 200 Berge machen. Wie viel zieht Berserker? 100, okay. Was kann Berserker nochmal? Kannst du nicht drauf gehen, ne? Ne. Okay. Vielleicht brauchen wir Idrea gar nicht mehr. Na, viel. Das zieht mehr. 700 zieht das mehr ungefähr jetzt. Ist echt so. Naja. Idrea ist tot. Nein, sie ist gefallen und wird jetzt wieder auferstehen. Stimmt. Nein, eigentlich sind die dann tot, ne? Ist so. Aber wir können sie halt wiederbeleben. Das zaubern kann. Die in Mitte Erde glauben an den Tod. Nicht so wie in den Disney-Filmen. Oder Pokémon. Oder Pokémon, genau. Dann mach mal zweimal so ein Lautwasser aus. Dann ist er weg. Ich kann's noch ein bisschen zaubern. Oh, einmal reicht. Wunderbar. Schade. Yee, voll gefährlich, die Mumax. Ich bin aufgestiegen. Wow. Wildergast auch. Oh, Beretor, Nominorianischer Kriegsheld. Ich hab auch ein neues Schild. Infanterieschild der Rohirrimi. Cool. Und ein Elbemilzigenlabs. Sehr erfolgreich. Kuppi, leg an. Ja, warte, ich guck nur kurz. Ich hab noch was geguckt. Gekuckt. So. Echt? Zwei? Ja. Stärke. Ah ne, ich wollte ja... Egal. Den brauchen wir ja nicht mehr. So. Das war's. Ausrüstung. Ach ja, richtig. Der Schild. Was? Guck mal, bitte. Den haben wir gerade gekriegt, ne? Wollen wir uns verarschen? Schlecht ist denn... Das ist der Schlechteste, ja. Okay. Das hab ich auch noch nicht erlebt. Okay. Naja. Oh, guck mal. Verwundbar durch Schatten. Toll. Ähm. Mach mal rauf. Ja, aber... Hm. Der hier hat... Ist verwundbar durch nichts, ja? Hm. Und der hier ist verwundbar durch... Schatten. Schatten. Ja, weil das der von den... ...Echsenkönig war, ne? Nein. Nur mit norianischer Helm. Damals aus den Kriegen. Gegen Sauron. Ich behalte den aber. Okay. Ich meine, das ist... Du hast ne Möwe auf, die hab ich grad gelesen. Echt? Stand da oder was? Ja, Möwenfedern. Wisst du wat? Bist du mir falsch runter? Ja. Extra. Das speichern wir jetzt mal und... Weil Hattod nämlich null AP hat. Ach so. Weißt du? Der ist nämlich nicht aufgestiegen. Glaube ich. Müsste eigentlich so sein, ja. Und das kostet auch nicht so viel Zeit, ne? Dann gehen wir mal zu dem. Wir sind ja fast am Ende. Dann kann man sich ja ein bisschen Zeit lassen, ne? Was ist hier noch? Kann uns hier noch ein bisschen... Oh. Scheiße. Hä? Ich glaub, ich muss hier lang, ne? Ich mach scheiße. Huch! Da waren auf einmal... Da war wieder so ein Bug. Oder wie heißt das? Äh... Grafik. Ja, keine Ahnung. Falsche Grafik angezeigt, ne? Ich hab den NUMAK-Stoßzahn gesehen, ja. Mit dem haben wir ja schon besiegt. Dann gehen wir zu dem. Äh... Sind wir hier auf der richtigen? Ja, aber anscheinend müssen wir die alle von hinten nehmen. Gehen wir den in die richtige Richtung? Keine Ahnung. Hä? Ich bin falsch. Da. Geh mal zu dem. Hä? Da kommen wir grad her, ich weiß. Ich glaub, der ist ein Fehler. Also müssen wir hier lang, ne? Ja. Alter, ey. Tut mir leid. Falls ich mich verlaufen hab. Da müssen wir hin. Ja, den haben wir ja gerade angegriffen, ne? Ja. Ich kann mich hier nicht orientieren, ne? Ich glaub, ich bin nicht der Einzige, dem's so geht. Ja, hallo. Ja, das war wir. Den haben wir schon getötet. Jetzt geht's zu den zwei Mumaks. Genau, so war das. Kannst du dich noch mal erinnern? Ja, wir sind richtig, okay. Oh nein. Die dürfen als erstes, dann sind wir so gut wie tot. Okay, einer. Ja, das ist noch einer. Ich glaub, nachher kommt zwei, ne? Ja. Okidok. Ich hab wieder mein Häuschen geparkt. Schön hast du's gemacht. Wir machen genau die gleiche Taktik wie gerade. Die hat ja gewirkt, ne? Oh. Mach mal fein provozieren. Aus Spaß. Jetzt wirst du nur noch angewürfen. Oh, danke. Du machst doppelangriff, bitte. Ach, ich bin dran, ja. Ach ja, ich muss dich ja, ne? Okay, und aushalten. Ah, theoretisch brauch ich... Oh, Gruppenwiderstand. Mal schauen, was das ist. Wählen hat Schaden der Gruppe durch magische Angriffe. Cool. Das wird uns später richtig gut nützen. So, äh, dann mach ich noch aushalten. So, und du bist. Ich weiß, dass es hier wieder fehlt. Blut, nur wunderschön. Das geht eigentlich. Ja, es geht. Ja, und der Angriff ist sowas von schwach, oder? Er ist echt der Schwächste. Idrial hat mal... Idrial hat ein paar Probleme damit, aber... Sonst geht er eigentlich. So. Kommt aus Harad. Ja, richtig. Da kannst du ja doppelangriff machen. Ich kann ja mal Panzerbächer. Ersecker kannst du ja mal machen. Schon, kann ich ja nicht. Was macht Bersercker? Steier hat kurzfristig Tempo schwächter, aber die Abwehr... Ja, mach. 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 Uiuiuiui. Guck mal, wie du losrennst, ey. Alter. Das war gar nicht schlecht, ne? Wär's nicht dreifach critical, wär's auch nicht so stark. Ich glaub, das war dreifach critical. Ja, mein... Weil, weil das... Weißt du ja, wie ich mein... Oh, scheiße. Geht ja. Ja, die ist ein bisschen hin, ne? Vielleicht solltest du mal was machen gleich. Ich kann Lichtzauber machen. Ja, kannst du? Wenn du das gerne. Ich will. Mach. Mal gucken. Aber es bringt nicht so viel, wie wenn ich das mache. Ja, aber du stirbst nicht. Dadurch. Zum Beispiel, ne? Das stimmt. Scheiß Atem, Alter. Aber dein Bärsecker hat ruhig gut gezogen, ne? Kann ich ja jetzt nochmal machen. Ja. Mach unbedingt. Ah! Das war schade. Böser Junge. Mann, oh Mann. Naja. Du kannst ja jetzt, äh... Mit Wasser spritzen. Willst du dich noch heilen, oder? Eigentlich ja, ne? Ja. Ist besser, ne? Okay, das ist nicht so schlimm. Er ist sogar ausgewichen, coolerweise. Wie auch immer mit deinem kurzen Bein. Ja. Ich glaube, der Bärsecker ist gut, ne? Ich meine, seitdem hast du nur Criticals. Oder daneben, aber egal. Ja. Mal gucken, wie viel Acerion Storm zieht. Ja. Gegenüber gezieltem Angriff. Mehr. Eindeutig. Dann, ähm, wir können es ja nochmal ausprobieren mit irgendeiner Attacke. Mach auf. Das war in der Berge. Das ist eine Zweifach-Attacke. Wenn du da... ...Critical hinter... Oh. Bärsecker ist Gold wert, hab ich das Gefühl. Du auch? Ach so, das hat das doch mit zu tun. Ja. Kurzzeitig, stimmt. Krass, Alter. Weißt du, wie krass das ist? Am Anfang immer Bärsecker machen und dann... Und dann ein paar Mal deine krassen Doppelattacke und sowas, ne? Krassen Doppelattacke, weißt du? Wir können da lang gehen, wenn du möchtest. Ist da was? Ja, da ist ein Gang. Oh nein. Nicht, dass wir wieder im Kreise laufen. Oder auch nicht. Ne. Orguls. Orguls. Morgulschuss. Ja, ich wollte eigentlich Orcs sagen. Oh nein. Nein. Aber es ist nicht so schlimm, es ist, die sind nicht so stark. Du kannst nur nicht, äh, dingsen. Ja, mach ich. Das. Ja. Mach. Auf E3, ne? Fein. Aber die haben es anscheinend auf dich abgesehen, ne? Ja, das sind ja... Wie man die denn dazwischen? Schild. Ach ja, die sind auch böse gegen uns. Ah, die haben es auch irgendwie erfahrt. Ja. Ach, was machst du? Ach ja, dir kann das, äh, dieser Schadens, wie ich da nix, oder? Reinigende Wasser? Ne. Ne, ich kann nur für uns machen. Ja, das konzentriert ja nur mit, äh, Eoden, ne? Soll ich Orkis angreifen? Ne, greif die bösen Männer an. Oh, du nimmst auch Schaden. Hm. Aber nicht so viel, das geht noch. Nochmal. Das zieht doch nicht so viel. Ja, mach nochmal. Hä? Bist du so kaputt auf einmal? Ach, soll ich ihn mal austauschen, oder? Warum? Ich mach erstmal das hier. Oh nein. Okay, das ist nicht schlimm. Zum Glück haben wir es beide gemacht, weißt du? Mhm. Jetzt wacht Hathaut wieder auf, und er kann direkt was machen. Du tauschst ihn jetzt mal aus gegen Eoden. Danke. Aber ich kann ja sch- Mach Ekstase. Genau. Dann kann ich Israel wieder- Wischen heilen, ne? Mache ich erstmal Magie brechen. Mhm. Und dann Gesundheit auf die Trier rechnen. Ja. Die Arme. Magie lenken hast du jetzt gelernt. Cool. Kann ich AP beschämt? Stimmt, dann kannst du AP lenken. Auch praktisch, ne? Manchmal. Mhm. Oh nein, die haben schon wieder dieses Schild gemacht. Ähm, okay. Weißt du, was du machen kannst? Na? Dann kannst du jetzt eine Attacke mit Idreal machen. Und auf dem zum Beispiel, genau. sehr gut. HerunuKim. Oh, Mann. Okay, 03.